Hallo zusammen, ich bin 16 Jahre alt und arbeite bei der GEMMI in Jemme und heute zeige ich euch meinen Arbeitstag als Logistiker. Als Logistiker verschickt man unter anderem, buchen und rüsten. Wir sind nicht so ein grosses Lagerteam, das heisst für mich, dass ich selbstständig arbeiten kann. Und wenn ich Fragen habe, bekomme ich eine schnelle Antwort. Als Logistiker bei GEMMI musst du Sachen anpacken können und ausdrucken. Ich habe mich für die Lehre als Logistiker entschieden, weil ich nicht den ganzen Tag rum sitzen kann, wenn mir das langweilig wird. Ich bin eine sehr teamfähige und hilfsbereitende Person und im Beruf Logistiker passen die Eigenschaften sehr. Der grösste Erfolg in der Lehre bis jetzt war, dass ich selbst buchen konnte und den Wahreingang den ganzen Tag übernehmen konnte. Ich hoffe es hat euch gefallen und einen kleinen Überblick als Logistiker bekommen. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. Wir freuen uns auf eure Bewerbung.